Es gibt hier ein neues Tanksystem, Zusatztanks von GKA. Das System ist nicht so ganz neu, zumindest die Idee. Der Unterschied zu dem amerikanischen System, das wir bereits kennen, ist, die Russen können liefern. Das System ist nicht so gut, sondern es ist nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020